Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur vierten Folge des Handelskraft Digital Business Talk. Wir sind zurück im Studio in Jena. Für alle, die uns natürlich wieder nur akustisch hören, denen ist das relativ egal. Und neben mir begrüße ich Bastian Hagmeier. Servus Bastian. Hallo Olli. Bastian, ich stelle dich einfach kurz vor. Du bist Leiter des Solutions Teams Europa bei Imarsis. Du bist dort für Technical Pre-Sales zuständig oder machst relativ viel Technical Pre-Sales. Du hast große Schnittstellen zum Customer Success Team und den Tech Teams. Richtig. Also herzlich willkommen, dass du da bist. Und jetzt schon in der Vorstellung hat man es gemerkt, wir werden über Marketing, Online-Marketing, Marketing-Automation reden. Und werden höchstwahrscheinlich, hätten wir einen, vielleicht werden wir auch einen haben, einen Marketing-Buzzword-Bullshit-Bingo-Counter haben, wird der wahrscheinlich innerhalb der ersten fünf Minuten losklingeln. Wir versuchen aber so konkret wie möglich natürlich zu bleiben. Der erste Plan war, mal über One-to-One-Marketing post-GDPR zu sprechen. Auch da haben wir schon viele Begriffe. Die DSGVO ist natürlich ein großes Thema gewesen in den letzten Monaten. Ende Mai war es ja soweit, die Umstellung. Man hat gerade dann sehr, sehr viele E-Mails erhalten, in denen Unternehmen und Menschen darauf hingewiesen haben, dass es sehr, sehr wichtig ist, ihnen weiter zu folgen und sich dazu opt-in. Lass uns dementsprechend mal ein bisschen zeitiger anfangen bei E-Marsis. Was sind denn für dich gerade so Marketing-Trend-Themen? Online-Marketing und E-Mail-Marketing lebt ja eben von, besagt von Buzzwords. Ja, auf jeden Fall. Genau, also meistens geht es ja damit los, dass auch wenn die Unternehmen wachsen, dass man tatsächlich sagt, okay, unser Online-Marketing muss jetzt ein bisschen größer werden. Wir wollen jetzt anfangen, richtig ins Online-Marketing einzusteigen und vor allem in die Automation. Also viele, wenn sie dann tatsächlich auch die entsprechende Größe erreicht haben, fangen dann eben an, mal mit Newslettern zu experimentieren, sind da meistens bei den kleineren Plattformen. Die Welcome-Strecke ist dann aber meistens schon nach der Double-Opt-In-E-Mail eben so das Einzige, was wirklich automatisiert ist. Und wenn wir jetzt tatsächlich uns anschauen, was jetzt gerade so die großen Themen sind, ist dann natürlich das auch, die kleinen, aber besonders natürlich die großen aus dieser, wir haben ein Silo-Denken, wir haben hier die einzelnen Kanäle und betrachten die, jetzt natürlich auch schon die letzten Jahre mehr und mehr in dieses Omni-Kanal, Multikanal-Denken mit reingehen. Und eines der großen Trendthemen ist natürlich, wie kann ich diese Orchestrierung zwischen den Kanälen übernehmen. Dazu muss man aber natürlich immer auch vor Augen führen, wo sind denn überhaupt die Möglichkeiten, in denen ich die verschiedenen Kanäle überhaupt orchestrieren kann. Weil wir natürlich immer diese Trennung haben zwischen, wo kenne ich tatsächlich meinen Kunden, weiß, wer tatsächlich das ist oder wo habe ich eben nur Zugriff auf, beispielsweise diese Third-Party-Tracking-Daten, was ich eben maximal tatsächlich eine Cookie-ID habe, um tatsächlich da reinzugehen. Das ist so das eine große Trendthema. Das andere ist natürlich von tatsächlich, sagen wir mal, einfach nur der klassische Newsletter, was einfach nur Batch wäre, Gießkanne, ja, nach und nach in die Segmentierung, Personalisierung und dann eben das Thema Realtime mit reinzugehen. Und natürlich das große Thema AI, was überall in allen Marketingbereichen natürlich gerade sehr, sehr groß aufgehängt ist und auf jeden Fall ein Zukunftsthema ist und sehr, sehr, sehr wichtig. Tja, da ist der Counter jetzt auf jeden Fall das erste Mal voll. Es hat dadurch das erste Mal geklingelt, ich habe es gehört. Du hast jetzt ein ganz breites Feld schon aufgemacht. Du hast über Third-Party-Daten gesprochen, also du hast über die eigenen Daten gesprochen. Wir stellen das auch immer wieder fest und gerade in Gesprächen, dass sich meines Erachtens das Marketing-Solutions-Marketing sehr stark weiterentwickelt hat, gerade in Themen, wo es um Automatisierung geht, um Personalisierung, um diese Ansprache an den Kunden und das eben auch möglichst automatisiert. Dass sich aber tatsächlich meines Gefühls nach und meiner Erfahrung nach bei vielen im Marketing gar nicht viel geändert hat, sondern dass so die Grundidee bei vielen wirklich immer noch ist so, es gibt eine Newsletter oder es gibt ein Mailing für den Kundenbereich X und dass sozusagen immer noch viel Luft nach oben ist, um überhaupt wirklich mit E-Mail-Marketing und Personalisierung zu starten. Auf jeden Fall. Was ist denn für dich so ein smarter Ansatz von einem Badge, also von der Gießkanne, in erste Automatationsschritte zu gehen oder überhaupt ein hochwertiges E-Mail-Marketing? Was macht es aus? Auf jeden Fall. Also es sind für mich immer drei große Themen, die da wichtig sind. Das eine ist Personalisierung, also der Content. Bleiben wir erstmal beim Thema E-Mail. Das Ganze gilt natürlich genauso für Push, Website und so weiter. Aber bleiben wir mal beim Thema E-Mail. Das Thema, wie gesagt, Personalisierung des Contents. Das kann man auch machen, wenn man jetzt sagt, ich will einfach bei meinem wöchentlichen Newsletter bleiben. Dann geht es aber darum, wie kann ich innerhalb des Newsletters tatsächlich in die Untersegmentierung nochmal gehen, also auch schon personalisieren bestimmten Content und eben auch personalisieren, was tatsächlich die Präferenzen des Kunden sind und der Kontext, in dem er sich gerade befindet. Das ist sozusagen der erste Schritt und deswegen auch Personalisierung für mich ist jetzt nicht Vorname, Nachname. Also wer das als Personalisierung bezeichnet, okay, dann müssen wir wirklich nochmal einen Schritt zurückgehen. Aber einfach zu sagen, ich habe verschiedene Content-Blöcke auch, in denen vielleicht auch ein bisschen mehr Logik dann eben tatsächlich auch drin ist. Das klassischste Beispiel dafür ist natürlich die Produkt-Recommendation. Einfach die mit in die E-Mail zu nehmen. Und auch da sehen wir auch, selbst das Thema, wenn eben Produkt-Recommendation auf der Website schon vorhanden ist, das mit in die E-Mail zu nehmen und tatsächlich das auch zu kombinieren, dass es auf die gleiche Datenbasis zugreift, selbst das ist schon für viele so die erste Hürde. Das nächste Thema ist dann aber tatsächlich die Segmentierung. Also auch hier zu sagen, welche Daten nehmen wir denn tatsächlich, um die Kundengruppe auszuwählen, an die wir jetzt versenden wollen. Und da ist es auf der einen Seite oft ein technisches Thema, dass die Daten eben nicht in der Marketing-Plattform dann vorhanden sind. Und aus verschiedenen Gründen, manche sagen Datenschutz, kann man nachvollziehen, dass man sagt, ich will nicht komplett alle Daten auch in der Marketing-Plattform spiegeln. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, da direkte Live-Konnektoren einzusetzen und zu sagen, ich brauche gar nicht spiegeln, sondern kann auf die zugreifen. Also auch das sehe ich jetzt nicht so als Hürde. Aber oft ist es tatsächlich so, dass die Leute anfangen, na, aber wenn ich jetzt segmentiere, dann versende ich ja weniger. Das heißt, ich verliere am Ende ja Geld. Was ja eigentlich genau das Gegenteil ist von dem, was passiert. Weil wenn ich intelligent segmentiere, finde ich ja tatsächlich die Zielgruppe, die am Ende eine höhere Conversion hat, weil es eben zielgerichtet ist. Und bloß weil eben mein wöchentlicher Newsletter besonders gut funktioniert, heißt es ja nicht, dass ich nicht bestimmte Zielgruppen eben aussortieren kann. Das beste Beispiel wäre eben jemand, der seit sechs Monaten nicht mehr aktiv ist, womit wir dann schon wieder fast bei DSGVO wären. Warum sollte ich den jetzt noch anschreiben, der jetzt eben nicht mehr klickt oder öffnet? Dann eben, und das ist dann der nächste Schritt hier wirklich, in sowas wie das Lifecycle-Marketing reinzugehen. Dass man eben sagt, ich segmentiere dann eben auch nicht nur auf alle oder alle, die ein bestimmtes Verhalten nicht gezeigt haben, sondern wo steht dieser Kunde auch? Beispielsweise ist er denn gerade im Kaufprozess? Ist er denn gerade jemand, von dem wir wissen, der kauft immer wieder zu Weihnachten? Und das ist dann für mich die nächste Stufe, eben dann fast schon am Ende in Richtung Realtime zu gehen und zu sagen, wenn jetzt jemand ein bestimmtes Niveau erreicht, also ein bestimmtes Engagement-Niveau war auf der Webseite, hat sich ein bestimmtes Produkt angeschaut, nicht jetzt einfach nur klassisch Warenkorbabbruch, sondern einfach nur zu sagen, wir wissen, es ist jetzt eine Kaufwahrscheinlichkeit da, auf die entweder in Realtime oder zumindest eben täglich zu reagieren, um die Daten, die wir jetzt schon haben über diesen Kunden wirklich dann auch zur Realtime-Segmentierung zu benutzen. Okay, das klang jetzt für mich jetzt dennoch schon ganz schön visionär. Also wir sind jetzt gerade vom E-Mail-Marketing bis zur Realtime-Entscheidung dann durchaus einmal durchgerast. Vielleicht ist das ja genau die Herausforderung, also dass man natürlich diese Vision halt sieht, also ich stelle mir gerade vor, man ist vielleicht irgendwie Hersteller, Händler und das E-Mail-Marketing oder das Marketing ist optimierungsbedürftig oder man hat sich dazu entschieden, das optimieren zu wollen und jetzt komme ich zu euch oder jetzt kommt jemand zu euch und sagt, hier diesen ganzen AI-Realtime-Kram, den hätte ich auch gern. Wahrscheinlich begegnet dir sowas ja immer mal wieder. Wie geht dir denn dann vor? Du hast jetzt gerade davon gesprochen, wie abhängig das von den Daten und Informationen ist, die dann wiederum aber nicht vorliegen. Also irgendwie sozusagen brauche ich einen konsistenteren Start, um diese Daten zusammen, diese Informationen erstmal zu bekommen. Vor allen Dingen, du hast es auch erwähnt, in Post-DSGVO-Zeiten. Ja, also da hast du jetzt sehr viele Bereiche angeschnitten. Ich denke, es geht vor allem dabei los, jetzt erstmal zu sagen, wenn wir jetzt klassisch im E-Commerce bleiben, grundsätzlich jedes E-Commerce-Unternehmen, egal was verkauft wird, sollte, sagen wir mal, 10, 15 Taktiken haben. Weil die eigentliche Strategie, die haben alle E-Commerce-Unternehmen grob gleich. Wir wollen möglichst personalisiert unsere Kunden ansprechen, um am Ende was zu verkaufen, was der Kunde wirklich will. Das ist keine besonders ausgefallene Strategie. Jedes Unternehmen wird dann nochmal eine Unterstrategie haben. Aber was wir tatsächlich sehen, ist, dass diese 10, 15 Standard-Taktiken, die sich aus diesen Strategien ableiten, nicht gemacht werden. Ja, das ist eben sowas wie, meine inaktiven Kunden zurückzuholen. Das ist aber auch was wie der Standard-Warenkorbabbruch. Das ist sowas wie meine Transaktions-Mail, also meine tatsächlich Bestellbestätigung, einfach hübsch zu machen. Es muss nicht immer nur am Ende darum gehen, tatsächlich immer nur Abverkauf, aber einfach die Customer Experience, was dann das zweite Strategieziel wäre, das eigentlich jedes E-Commerce-Unternehmen tatsächlich haben sollte. Egal ob eine Plattform oder ein Brandshop, spielt keine Rolle. Diese zwei Ziele sollte jeder haben. Und was wir eben feststellen, ist, dass oft schon eben über diese Realtime-Themen gesprochen wird, über AI und was nicht alles noch Teil der Strategie sein sollte, aber diese 10, 15 Standard-Taktiken einfach nicht implementiert sind. Warum? Weil oft so heißt, ja, es ist so kompliziert. Und ja, wir haben die Daten vielleicht nicht. Gerade diese 10, 15 Taktiken sind aber oft mit sehr, sehr wenigen Daten auch schon erreichbar. Also, wenn ich tatsächlich vielleicht die Bewegungsdaten auf der Website habe, selbst die letzte Aktivität dieses Kunden plus die Transaktionsdaten, selbst da, wann war der letzte Kauf, was kauft dieser Kunde gern aus, welche Kategorie, dann habe ich schon eine sehr, sehr, sehr große Datenmenge, die ich direkt benutzen kann, um zu starten. Und was wir eben versuchen, ist mit unseren Kunden tatsächlich zu sagen, bevor ihr jetzt sagt, wir wollen die Advanced-Themen haben, die tatsächlich euer Business-Modell ausmachen, und euer, sagen wir mal, Differenzierungskriterium vom Markt auch sind, fangen wir doch damit mal an, machen wir die Themen, ziehen die wirklich glatt und dann können wir eben in die Advanced-Personalisierung gehen und können dann eben diese AI-Themen auch angehen. Aber auch in den AI-Themen gibt es unserer Ansicht nach eben so zwei, drei Bereiche, die wirklich einfach umzusetzen sind und die auch bei den großen Plattformen mehr und mehr out of the box kommen. So ein Thema, was sehr, sehr einfach ist und eben die großen Plattformen jetzt alle schon haben, ist sowas wie AI-getriebene Sendezeitoptimierung. Okay, das bedeutet? Das bedeutet, dass, und das ist für mich der große Unterschied, einfach nur Big Data sich anzuschauen, wo ich zwar weiß, alle öffnen so und so und Dienstagnachmittag ist die beste Sendezeit, hinzugehen zu dieser einzelne Öffner, dieser einzelne Kontakt, hat tatsächlich ein bestimmtes Verhalten und über Experimente, die die Maschine automatisch durchführt, lerne ich für diesen einzelnen Kontakt. Also der Marketer, wenn er in die Daten schauen würde für diese einzelne Personen, dann würde er durchaus sehen, das ist jemand, der öffnet morgens immer um 8 Uhr seine Mails, wenn er gerade auf dem Weg zur Arbeit ist. Das ist eben jemand, schaut sich auf Arbeit die E-Mails nicht an, da sollte man abends schicken. Das ist jemand, der hat gerade die Zeitzone gewechselt. Das könnte man auch ohne Experimente als Einzelperson sehen, aber das skaliert eben nicht. Und deswegen die Maschine mit sehr, sehr einfachen Algorithmen einfach in die Lage zu versetzen, aus diesem Verhalten zu lernen und dann zu sagen, für diese Person ist momentan das und das die beste Sendezeit. Aber dann, und das ist das Wichtige, nicht aufzuhören, Sendezeit ist 8 Uhr für dich, sondern dann eben wieder Experimente zu machen. Funktioniert 16 Uhr denn nicht vielleicht für dich besser? Das setzt aber eine gewisse Anzahl an E-Mails erst mal voraus, über die das gelernt wird. Richtig, richtig. Es gibt Algorithmen, die da tatsächlich auch mit diesem Lernen sehr früh starten können. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail, was da tatsächlich gemacht wird, aber das Einfachste ist natürlich immer zu sagen, ich nehme die Information, die ich jetzt schon weiß, das kann eine einzelne Öffnung sein oder können 5 oder 50 sein, und füge das neueste Experiment eben hinzu. Und nur, wenn sich im neuen Experiment etwas ergeben hat, was eben tatsächlich widersprüchlich zu dem ist, was ich momentan weiß, gehe ich überhaupt weiter in dem Experiment. Und bei der Öffnung ist es besonders einfach, wenn nämlich eine Öffnung nicht stattgefunden hat, ist das Experiment falsch. Wenn sie tatsächlich stattgefunden hat, hat das Experiment funktioniert. Und deswegen sehr einfach zu sagen, sobald eben die E-Mail nicht mehr geöffnet wird, fange ich eben an mit dem Experimentieren und versuche einfach randomized die nächste Zeit aus. Das sind jetzt relativ viele Begriffe, die rund um das Thema Marketing, also Ziel der Kundengewinnung, Kundenbindung, dann doch irgendwie, ich glaube, für das Erste hören, für viele ungewöhnlich wirken. Also das ist jetzt von Experimenten gesprochen. Klar, da denkt man vielleicht noch in den klassischen AB-Test. Das ist ein Experiment, das man irgendwie nachvollziehen kann. Gerade im E-Mail-Marketing vielleicht dann abstrahiert von, na klar, wenn ich eine E-Mail personalisiere, ich spreche die Person an und schreibe in den Text noch explizites Wissen, weil wir halt wissen, es sind noch zwei Kinder und deswegen frage ich am Ende noch so einen schönen Gruß an Frau und Kinder. Ganz, ganz, ganz schlimme Abschlussformen fehlt, sollte ich die so nicht verwenden. Aber man weiß, worauf ich hinaus will. Und jetzt hast du eben von diesem Vielzahl von Regeln gesprochen, von Experimenten gesprochen. Setzt das eine neue Form von Marketing-Skill voraus? Ist das, wo ihr dann ins Spiel kommt, also Masis im Beratungsansatz? Also das ist ja nichts, wo man von der klassischen Aufgabe, versende ein Monats-Newsletter, hier ist unser Content oder versende ein Produkt-Newsletter. Das sind unsere neuen Top-Seller oder das sind die neuen Kollektionen, die wir verkaufen. Das ist davon ein ganzes Eckchen weit weg. Wie kommen die Mitarbeiter dahin? Wie kommt das Skillset eigentlich dahin? Auf jeden Fall. Also ich, während früher der Marketer, also auch ganz, ganz früher jetzt, der das Plakat gestalten sollte, eben, denke ich mal, vor allem die kreative Person war, ohne das irgendwie zu nahe zu reden zu wollen, denke ich mal, dass es heute wirklich eher drei große Rollen gibt. Das eine ist eben derjenige, der nach wie vor den Content produzieren muss und das auch wirklich gut. Also das ist auch nichts, was ich sehe, was in den nächsten 10, 15 Jahren von der Maschine komplett übernommen wird. Wir brauchen immer noch Leute, die sich auf diese Kreative tatsächlich verständigen. Das andere ist eben jemand, der tatsächlich auch die Business-Strategie sehr gut kennt und darauf eben auch ableiten kann, in welche Richtung will ich denn jetzt segmentieren? Weil die Maschine kann natürlich Vorschläge machen, das sind jetzt Zielgruppen, die könntest du angehen, aber passt es tatsächlich zu den Business-Goals, die die Firma eben auch hat? Und das Dritte, und da wird es dann tatsächlich kompliziert, muss eigentlich auch jemand sein, der, wenn wir jetzt eben AI nicht nur sehen, als die Maschine macht alles, daran glaube ich momentan auch noch nicht, also irgendwann wird es bestimmt in die Richtung gehen, dass die Maschine ja komplette Vorschläge auch macht, das sollte die Kampagnenstrategie sein und so weiter und so fort, sondern momentan auch noch zu sagen, ich habe eben dieses Business-Goal und ich will jetzt in die Advanced-Personalisierung reingehen. Das heißt, ich will tatsächlich auch sagen, hier ist ein Block, der ist komplett maschinengetrieben. Das muss jetzt, wir können es jetzt AI nennen, wir können es aber auch Business-Rules nennen. Da muss aber, egal bei welcher Plattform, noch jemand die Daten zur Verfügung stellen und eben ins Coden reingehen. Das Einzige, was die Plattformen machen und auch unterschiedlich machen, ist eben, diesen Prozess zu vereinfachen. Habe ich Dropdowns, um diesen Code tatsächlich zur Verfügung zu stellen? Habe ich ein Live-Preview für jeden einzelnen Kontakt, um mir auch anzuschauen, funktioniert alles? Aber ich brauche eben diesen dritten Typus, ob wir den es Marketing-ITler oder wie auch immer nennen wollen, der aber tatsächlich aus diesen Vorgaben von Kreativ- und Business-Goals tatsächlich auch ins Coding gehen kann, um dann eben dem Kreativen beispielsweise einen dynamischen Block zur Verfügung zu stellen, in dem immer automatisch, fangen wir mit dem einfachen Beispiel an, wenn wir Online-Offline verknüpfen wollen, der nächste Shop zu sehen ist. Gehen wir aber auch komplizierter, der eben zum Beispiel die Präferenzen des Kunden jetzt nimmt und gehen wir vielleicht mal in das Beispiel Wein, dass man sagt, oben in meinem Wein-Newsletter ist Kreativ unser aktuelle Rioja, darunter aber so eine Art Fallback-Gruppe zu sagen, nicht nur einfach Produkt-Recommendations, sondern ich habe eben 5, 6, 7 verschiedene Präferenztypen und je nachdem will ich hier auch was anderes ausspielen. Wie gesagt, manche Plattformen machen es einfacher, manche komplizierter, tatsächlich dieses Coding zu übernehmen, aber irgendwer muss sich die Mühe machen, das auch tatsächlich einzubauen. Und deswegen sehen wir, die Maschine unterstützt natürlich bestimmte Entscheidungen zu treffen, in diesem, was früher eben A-B-Testing war, aber wir müssen natürlich auch darin gehen, tatsächlich dann auch der Maschine Content zu liefern und das eben auch entsprechend mit einzubauen. Gut, das ist tatsächlich eine sehr spannende Form von Neumarketer, zumal sie für mich gerade viel, viel Frontend-getriebener tatsächlich klingt, aber eben auch personalisierter. Es gibt eine schöne Tradition in dem Talk, nämlich immer das Getränk des Talks, bevor wir in den zweiten Teil gehen, um genau über die Form von Personalisierungsleistung, vor allem auch wie man eben dann erfolgreich digitales Marketing betreibt, zu gehen. Und das Talk-Getränk ist dieses Mal das wunderschöne Nau, ich glaube, es handelt sich um eine Limo, Hollerblüte, ich glaube, das ist Holunder. Und öffne dir jetzt sehr gern diese Flasche und habe noch eine zweite für mich, damit wir natürlich traditionell, wie sich das für diesen Talk gehört, auch Anstoß können, bevor wir in die zweite Runde gehen. Olli, bis gleich. Zum Wohl. Cheers, Bastian. Willkommen zurück nach dieser Erfrischung. Hat sie geschmeckt, die Hollerblüte? Auf jeden Fall, sehr, sehr lecker. Vorrangig. Nau, Limo, Hollerblüte. Ist nicht das Thema, sondern Marketing-Automation, immer noch mit dir, Bastian. Wir haben uns jetzt darüber unterhalten, wir haben sehr viele Buzzwords natürlich genutzt, es ging um Realtime-Entscheidungen, es ging um die Content-Blogger, es ging um dynamischen Content, die mehr sind, als eben die Ansprache, hallo Herr sowieso, hallo Frau sowieso, sondern wirklich eben auf letzte Käufer aufzugehen, Daten zu generieren und vor allen Dingen halt den Unterschied, besser zu segmentieren, also nicht mehr den Batch zu bedienen, sondern eben wirklich gezielt die Einzelperson und natürlich da erstmal an die Informationen kommen zu müssen und das Ganze konkreter anzugehen, inhaltlich konkreter und eben auch nicht die Furcht zu haben, dadurch was zu verlieren und dass das Ganze natürlich sehr stark regelbasiert getrieben ist, ob man das jetzt Künstliche Intelligenz nennen muss, ist halt dahingestellt. Ich würde gerne dementsprechend das jetzt ein Stückchen weiter treiben. Du hast es jetzt schon beschrieben, du hast vorhin, glaube ich, die 15 Basics genannt, die 15 Standard-Taktiken oder Basistaktiken, die man als Marketer haben sollte. Wie kommt man denn zu einem wirklich smarten Journey-Building, also diese Customer-Journey, von der man irgendwie erwartet, gerade dann durch die Marketing-Folue, man kriegt halt denen die eine Person gezeigt und kriegt gezeigt, war auf Social Media aktiv, hat sich hinterher was angeschaut, auf der Seite ist nochmal zurück auf Instagram, war im Laden und so hat man sozusagen diese Journey und denkt dann, okay, wie kann ich die optimieren und wie kriege ich vor allen Dingen alle anderen dazu, dass sie exakt die gleiche Journey gehen. Also was sind so eure Erfahrungen, was das Thema Journey-Buildung angeht? Wie komplex ist das und so weiter? Genau. Ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema und ich denke, das ist auch ein Thema, in dem Meinungen sehr, sehr stark auseinander gehen. Zum einen haben wir natürlich erstmal das Thema, dass es hier einen großen Unterschied zwischen grundsätzlich Analytics gibt, also zu verstehen, wie sehen denn die verschiedenen Journeys aus, die es so gibt, also wie kommt ein Kunde denn tatsächlich auch am Ende zur Conversion und ein ganz, ganz großes Thema da ist, dass oft diese Daten, auch meiner Ansicht nach zu Recht, eben nicht auf die Einzelperson zurückgeführt werden können. Also wir haben eben anonyme Cookies, ob wir jetzt Google Analytics oder irgendein anderes Analytics benutzen, denke ich mal, macht keinen großen Unterschied, aber wir sehen, gerade wenn wir uns im Online-Bereich bewegen, wie bewegt sich eben jemand durch diese Online-Journey, aber es fängt ja schon dabei an, dass wir tatsächlich bestimmte Voraussetzungen selbst setzen, wo denn diese Journey beginnt. Also hat sie denn wirklich auf Google begonnen? Oder hat sie nicht auf irgendeinem Newsportal, in dem ich was gelesen habe, dann aber nicht geklickt habe begonnen? Oder hat sie eben auf einem momentan noch unbekannten Device begonnen, das ich dann gewechselt habe? Und dann sind wir natürlich schnell beim Thema Attribution auch. Und da will ich gar nicht zu tief reingehen, weil das ist ja auch sehr, sehr meinungsgetrieben. Aber kann ich denn je einer Journey tatsächlich einen Erfolg am Ende zuweisen? Und genau in diese Richtung versuchen wir zu gehen, indem wir sagen, wir haben eben im Prinzip drei große Arten von Kommunikation. Das eine ist eben diese ganz normale, ich will es jetzt nicht Gießkanne nennen, aber die One-to-Many-Kommunikation, in der wir eben weiterhin sagen, wer seinen wöchentlichen Newsletter, vielleicht auch eine Push-Kampagne, die das Thema begleitet, machen will. Auch weiterhin werden wir alle auch Black-Friday-Kampagnen machen. 30 Prozent auch für alle. Wird es weiterhin geben, ja. Aber dann eben das Ganze zu ergänzen, um Dinge wie eben Lifecycle zu sagen, ich verstehe eben, es ist ein aktiver Kunde, biete dem vielleicht auch andere Voucher an, beispielsweise als jemand, der jetzt wegbrechend ist, wo ich eben auch ein geringeres Risiko habe, vielleicht auch mal höhere Voucher zu streuen. Und das Dritte ist dann eben, nachdem ich diese Journeys verstanden habe, durch die Analytics-Instrumente, die mir zur Verfügung stehen. Und das kann eben beim einen sein, der eben Online-Offline verknüpfen kann und will, dass ich eben die Kundenkarte habe oder nicht, oder eben nur Daten habe, die sagen, nachdem meine Newsletter-Kampagne rausging, sehe ich eben, dass am nächsten Freitag tatsächlich die Abverkäufe mehr gehen. Das werde ich nie auf die Einzelperson zurückführen können. Aber dass ich eben diese Momente, die ich tatsächlich verstanden habe, und das ist dann der nächste Schritt, Realtime-Decisions mit einfließen lassen kann. Also, dass ich beispielsweise weiß, jemand öffnet jetzt auch meine begleitende App, die ich habe, hat vorher schon dies und das Verhalten gezeigt, also beispielsweise was auf der Webseite in Warenkorb gelegt oder mehr als 50 Sekunden auf der Webseite verbracht. Wenn ich das von Analytics weiß, das ist so ein Moment, in dem ich jetzt aktiv werden muss, dann kann ich eben sagen, ich versuche es mit einer Push-Notification zwei Minuten, nachdem die App geschlossen wurde. Oder am nächsten Morgen dann eben automatisiert die nächste E-Mail zu schicken. Aber auch das natürlich basierend auf dem Opt-in auf der einen Seite. Wenn ich das nicht habe, Webseite als Kanal nehmen. Wenn ich das nicht habe, vielleicht Third-Party-Retargeting ausprobieren. Oder eben klassisch, wenn der Kunde wertig genug ist, in Print zu gehen. Und das ist für mich der eigentliche Multi-Omni-Channel-Ansatz. Nicht zu sagen, ich versuche nur zu orchestrieren, dass auf jedem Kanal tatsächlich die richtige Nachricht zur richtigen Zeit ausgespielt wird. Nicht, dass das falsch wäre, aber das ist was, was viele auch schon ganz gut drin sind. Sondern das eben zu treiben in diese Real-Time-Momente, die zu verstehen und dann entsprechend auch darauf zu reagieren. Und das ist bei der App beispielsweise auch innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Und das eben möglichst einfach zu machen. Aber dann habe ich jetzt eine bestimmte Frage. Sammelst du die Daten, die du jetzt beschrieben hast, dann doch wirklich nur von der Einzelperson oder nutzt du auch Gruppendaten, wie halt nach durchschnittlich 50 Sekunden springt jemand ab oder nicht, weil du trifft eine Entscheidung. Dementsprechend expoliere ich, dass ich nach zwei Minuten eine App noch die Qualifikation senden möchte. Kommen da Gruppen und Einzeldaten zusammen oder wie sind das die Einzeldaten, die du beschrieben hast? Also ich würde grundsätzlich sagen, wie gesagt, das eine ist Analytics in dem ich nur verstehen will, wie sich meine Gesamtpopulation verhält, auch ohne, dass ich überhaupt was über die Person weiß. Und das Nächste ist ja, wie kann ich dann diese Daten und kann ich überhaupt diese Daten dann wieder mit der Einzelperson verbinden? Weil bloß, weil ich weiß, dass eben nach 50 Sekunden der richtige Moment ist, sind wir beim Beispiel Dienstag 16 Uhr ist die beste Zeit, um Newsletter zu senden zurück. Bloß, weil dieser, auch für Content gilt das Gleiche, bloß, weil ich zwei Content-Blöcke habe und der eine im AB-Test eben 0,1 Prozent besser performt als der andere, heißt das nicht, dass beim nächsten Mal, wenn ich eine andere Zielgruppe habe, für die Zielgruppe das auch wieder besser performt. Und deswegen geht es für mich so in der nächsten Stufe im Online-Marketing wirklich darum, eben, und das ist, wo AI dann wirklich mit reinkommt, für die Einzelperson zu verstehen, was ist jetzt der richtige Schritt. Und da hilft natürlich Analytics, um zu sehen, wenn ich jetzt diesen Einzeluser an den Punkt gebracht habe, dass er jetzt dort in der Journey ist, was mache ich dann? Gehe ich Richtung A, Richtung B? Da ist es ganz klar und da brauche ich auch diese, sagen wir mal, anonymen, analytischen Daten. Für die Einzelpersonen hilft mir das aber in der Entscheidung nicht, wenn ich nicht vorher verstanden habe, wie er sich verhalten hat. Also, würdest du denn vorschlagen, um in der Journey zum Beispiel so vorzugehen, dass man eben aufgrund der Kohortendaten, die man hat, quasi ja seine Basiskonfiguration bietet? Also, wenn ich die erste E-Mail sende aus dem dann vielleicht neu aufgesetzten System, dann muss ich mich ja für eine Uhrzeit halt entscheiden, zum Beispiel 16 Uhr. Ja. Und dementsprechend über die Mailings, weil nicht geöffnet, sende halt zu einer anderen Zeit und sobald es eben erfolgreicher wird, zahlt es immer mehr sozusagen, so gesprochen, auf eine Konfiguration des Einzelnutzers auch in, also sozusagen die Verfeinerung aus Makrodaten hin eben dann zu den Mikrodaten. Richtig. Und das sollte eben möglichst automatisch gehen. Also, diese grundlegenden Sachen auch auszuprobieren, beispielsweise den Absender zu wechseln, wenn sechs Monate lang die Mail immer im Spam offensichtlich gelandet ist, sowas, das sind so diese Basics, die sollten einfach automatisch funktionieren. Das kann man gerne mal einmal zusammen aufsetzen, aber sich über solche Programme tatsächlich zu viel Gedanken zu machen, denke ich, führt am Ende auch zu nichts. Also, das muss automatisch funktionieren. Und das andere, was du angesprochen hast, ich denke einfach, zu denken, dass ein Journey von A nach B komplett durchdacht werden kann, das funktioniert einfach nicht. Das war natürlich ein Denkkonzept, was wir in den letzten Jahren auch gebraucht haben, weil wir noch nicht so viele Daten hatten, noch nicht so viel Realtime tatsächlich auch machen konnten. Aber heute ist es einfach nicht das, was uns tatsächlich weiterbringt, sondern einfach zu sagen, ich definiere, in welchen verschiedenen Gruppen ist jemand und nutze dann die Realtime Events. Und Realtime, wie gesagt, kann für mich auch gestern sein, aber eben nicht zu warten, bis dann tatsächlich die nächste manuelle Konfiguration durch den Listen-Upload durchgeführt wird, bis dahin zu warten und dann eben zu personalisieren. Das ist dann zu spät. Also von händischer Personalisierung und Handarbeit hältst du da relativ wenig? Richtig, richtig. Okay. Das ist sehr spannend. Dennoch, das ist auch etwas, was mir immer wieder begegnet, wenn ich in die Verlegung komme, über Marketing Automation mit Kunden oder auf Konferenzen zu sprechen, ist tatsächlich, und mir ging das persönlich tatsächlich auch so, dass man den Aufwand hinter der Automation tatsächlich erst mal unterschätzt. Also man hat ein Marketing-Team, im besten Fall hat man sogar eine Marketing-Strategie zum Marketing-Team und dann kauft man eben dann doch ein Tool mit den wiederum Marketing-Marketing-Folien, die halt sagen, dass das Marketing jetzt besser, einfacher und schneller wird und vor allen Dingen besser konvertiert. Also es zeigt so ganz CFO-gezielt, alle wichtigen Informationen sind oben rechts, damit der Graph dorthin geschrieben ist und es alles möglichst gut aussieht. Und dann kommt man irgendwie an den Moment, wo man halt quasi wirklich diese Engagements bauen muss, wo man die Regeln aussetzen, sich ja wirklich auch intensiv reflektieren muss, wie eigentlich das eigene Geschäft funktioniert, funktionieren die Kategorien, in denen ich arbeite, funktionieren meine Segmente. Gibt es da einen sinnvollen Start? Gibt es da was, was man für Interessenten, um ihnen die Angst zu nehmen und trotzdem transparent zu sein, halt Sinnvolles sagen kann? Ist natürlich ein schwieriges Thema, weil grundsätzlich natürlich jede Firma da auch anders ist, tatsächlich auch die Skills im Unternehmen anders sind. Ich denke mal, das Wichtigste ist, dass man sich tatsächlich wie immer realistische Ziele setzt und vor allem auch in diesen Gesprächen mit zukünftigen potenziellen Partnern, wenn das, was auch immer, konkret sagt, das und das wollen wir erreichen, wie komme ich da hin? Und das sich konkret aufzeigen lässt. Weil, was man oft dann eben sieht ist, oh, das setzt ja Daten voraus, die ich gar nicht habe. Also sowas wie, ja, wir wollen nicht, dass ausverkaufte Produkte eben immer in der nächsten Newsletter angezeigt werden. Okay, kein Problem. Habt ihr denn eine Schnittstelle, um tatsächlich diese Informationen abzurufen? Ach so, nee. Na, kann man das nicht einfach von der Website nehmen? Ja, also... Und, kann man? Klar, gibt es Mittel und Wege, auf jeden Fall. Aber so dieses von vorne bis hinten einmal zu durchdenken und das idealerweise auch, bevor man sich für so eine Plattform entscheidet, denke ich, ist absolut wichtig. Und wie gesagt, was ich vorhin schon angedeutet habe, für mich ist absolut das Wichtigste, erstens, dass die verschiedenen Abteilungen, die auch involviert sein müssen, sich vorher wirklich abstimmen. Dass man eben nicht so in Themen läuft, so, oh, wir wollen jetzt von CSV-Uploads auf Realtime-APIs umswitchen. Ach, da setzt der IT-Aufwand voraus. Ja, nee, da haben wir in den nächsten sechs Monaten keine Zeit für, was jetzt durch DSGVO sehr viel passiert ist, dass eben so IT-Projekte meilenweit nach hinten verschoben wurden, aber im RFP eben das ganze Thema Realtime ganz vorne mit dabei war. Das ist natürlich was, was einem vorher auch klar sein muss. Und natürlich dann das ganze Thema einfach zu priorisieren, haben wir denn unsere Standards, was uns wirklich auch das Geld am Ende einbringt, haben wir die denn glattgezogen? Sind wir da auch tatsächlich an dem Niveau, was wir selbst mit zufrieden sind? Weil diese zusätzlichen Stellhebel, die man da noch hat, die sind natürlich erstens dann von Business-Modell zu Business-Modell unterschiedlich, aber sind nicht mehr so groß. Und klar, man kann da immer nochmal optimieren, aber die Frage ist, wie viel will man auch tatsächlich an zusätzlichem Aufwand, wie du auch selber schon gesagt hast, investieren und wie viel habe ich denn Zeit? Weil wenn ich weiterhin meinen wöchentlichen oder täglichen Newsletter machen will und einfach das kreative Potenzial dafür brauche, brauche ich vielleicht für die Implementierung von so einer Realtime-Strecke eben sechs Monate, obwohl eigentlich alles da wäre, aber keiner hat Zeit, sich wirklich darum zu kümmern, möglichst im Weihnachtsgeschäft. Ja, klingt eine hervorragende Idee, sollte genauso gekauft werden. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wie geht ihr denn damit um, wenn ihr vielleicht auch als Tool wahrgenommen werdet, wenn man genau diese Erwartung hat, mach uns jetzt besser, also hilf uns, besseres Marketing zu betreiben, ist aber an der Strategie, wirklich da strategisch und reflektierend einfach fehlt. Ja, also was wir grundsätzlich als Emasis machen, ist eben, wir sagen, diese 10, 15 Taktiken, da können wir gerne helfen, wir sorgen auch dafür, dass die eben schnell implementiert sind, dass wir eben nicht über zwei Jahre sprechen, sondern möglichst in zwei, drei Monaten, wobei das natürlich auch unterschiedlich ist und sagen dann aber auch, danach ist es eben auch tatsächlich sinnvoll, wenn eben Inhouse die Mittel und Wege nicht vorhanden sind, dann eben tatsächlich mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, weil oft ist es ja auch, es ist ein einmaliges Setup, diese komplexen Strecken auch aufzubauen, danach laufen die ja, dann ist es bloß noch so ein kleiner Hebel und dann zu sagen, wir brauchen einfach irgendeinen Partner, egal, also auch bei anderen, ob das jetzt Inhouse ist oder ein anderer Partner, da zusammenzuarbeiten, ist, denke ich, einfach mal was, was so viel schneller dann Dinge auch auf die Strecke bekommt, dass es das meistens absolut wert ist. Okay. ist denn die so basswortgetriebene Marketing Automation, ist das eine Unternehmensgrößenfrage? Also ich habe, wir müssen es auch von uns vorher unterhalten haben, wir landen relativ häufig ja dann doch wieder irgendwie beim E-Mail-Marketing. Ja. Gar nicht so überraschend für mich, aber eben klassisch auch Transaktions-E-Mails. Bei der Anzahl an Daten, die man aber sozusagen als Erkenntnisinteresse hat, also wie, was möchte, welche Produkte kauft man der Kunde beziehungsweise zu welcher Gruppe gehört ihr, wie reagiert ihr? Gibt es da eine Faustform? Also lohnt sich Marketing Automation für Unternehmen von gewissen Größen dann halt nicht? Sind sie zu klein, zu unterkomplex? Also klar, wenn ich gut feststelle, dass ich seit zwölf Monaten einmal im Monat die exakt gleiche E-Mail schicke, ist die Antwort vollkommen klar. Dann muss man das sicherlich nicht automatisieren. Aber ich frage mich, ob es halt eben gerade auch im B2B-Nischen, nischige Hersteller und dergleichen, die aber trotzdem eigentlich gerade im Direktvertrieb, also wirklich eigentlich sehr intensive und sehr vertrauensvoll und sehr personalisierte Kundenbeziehungen haben, wie lang es dauert, bis sozusagen dort der Datenfundus eigentlich groß genug ist, um wirklich dann aus den Mehrwerten von der Automation zu schöpfen? Absolut. Also grundsätzlich im B2B, denke ich, ist es nochmal sehr, sehr unterschiedlich, was wir im B2C auch sehen. Und das kommt natürlich im B2B, weil du meintest, ab wann lohnt sich das? Also eine Faustregel gibt es da mit Sicherheit nicht für, weil es an so vielen Faktoren hängt. Wie groß ist der durchschnittliche Warenkorb? Wie lange dauern auch die Sales Cycle? Wie viele Interaktionspunkte hat man da auch bis dahin? Also wenn wir im B2C jetzt vielleicht von 50.000 Kontakten sprechen, die man tatsächlich auch haben sollte, um das Ganze ernst zu nehmen, heißt es aber nicht, dass wenn es weniger sind und ich aber ein sehr persönliches Produkt habe, das vielleicht auch entsprechend teuer ist, sich nicht auch im B2C, es lohnt, ein bisschen B2B zu denken und vielleicht auch zum Beispiel diese Daten mit ins Callcenter einfließen zu lassen. Auf der anderen Seite B2B, wenn man eben entsprechend auch eine gewisse Größe hat und eben Dinge automatisiert werden müssen, weil man eben nicht mehr drüber spricht, mit 2.000, 3.000 Kunden unterwegs zu sein, sondern eben potenziell auch von Leads her mehrere 10.000, dann lohnt es sich mit Sicherheit auch wieder eher B2C zu denken, obwohl im Hintergrund eben diese B2B-Prozesse stehen. Ich weiß, ich habe mich jetzt ein bisschen um die Antwort gedrückt, aber ich denke, es ist wirklich von der Pauschalantwort sehr, sehr schwierig, weil wie du schon meintest, Daten zu generieren ist natürlich super, super wichtig, aber es funktioniert einfach immer unterschiedlich und wenn man sich eben die Studien zum Thema Sales anschaut, da kann man natürlich sogar sagen, es beginnt ja auch tatsächlich im Telefonat schon und das ist natürlich, ist das Marketing Automation natürlich noch nicht, aber Follow-Ups von so einem Telefonat vielleicht mit Parametern getriggert und dann sind wir aber schon fast wieder in dem Denken wie im B2C eben zu sagen, dann war es eben das eine Mal das persönliche Gespräch verglichen mit dem Website-Kontakt oder eben im physischen Store eben das Einkaufserlebnis. Dem würde ich so tatsächlich zustimmen. Ich frage mich gerade, E-Mail-Marketing und Marketing Automation ist ja eine Form, ist ja ein strategischer Teil im Marketing-Mix. Aber gerade in der Verwendung oder in dieser Idee, diese Initiativen tatsächlich stark zu personalisieren, also wirklich wissensgetrieben, wo es eben auch um E-Mail-Zeitpunkte geht, um den passenden Content, also weit über die Ansprache des Herr-Frau hinaus und über du kriegst das eine Bild und du kriegst das andere und am besten 50-50 im AW-Test, wirklich noch personalisierter zu werden. lehnt ihr euch als E-Marsis so weit aus dem Fenster zu sagen, dass das ein Potenzial hat, auch Kosten intern zu verschieben, also im Zweifel zu sagen, hey, gib halt, gib weniger Geld für AdWords und eben diese großen Kampagnen und Suchkampagnen aus, die ja eben nicht individuell sind, sondern versuche halt eher die Kunden, die du hast oder von denen, über die du etwas weißt, halt die wirklich weiter noch stärker an dich zu binden und dort Abverkäufe zu generieren. Das ist eigentlich, finde ich, ein absolut entscheidender Punkt aus zwei Gründen. Zum einen, was immer noch passiert und ich wundere mich immer wieder drüber ist, aber dass viel zu viel auf der einen Seite Geld, aber auch Mühe investiert wird, in überhaupt Traffic auf die Website zu bekommen. Alles dreht sich nur um Traffic, dreht sich meinetwegen auch um die Conversion-Rate auf der Website, aber was dann eben oft vergessen wird, ist, diese Kunden eben im Kundenlebenszyklus dann tatsächlich auch speziell anzusprechen. Hier ist mein Erstkäufer, hier ist mein Zweitkäufer. Auch tatsächlich zu sehen, dass die meisten eben eine Quote von 70 Prozent Erstkäufer nur haben und danach kaum mal aktive Kunden zu haben. Da also tatsächlich auch ein Einsparpotenzial zu haben und wenn man es richtig macht und die richtigen Hebel ansetzt, kann man natürlich auch sagen, und wenn wir denn jetzt jemanden kennen, der gerade gekauft hat, zu versuchen, diese Leute, sofern möglich, auch beispielsweise aus AdWords-Kampagnen auszuschließen oder zumindest aus gewissen Retargeting-Kampagnen auszuschließen, weil wir ja wissen, sie haben gerade gekauft. Ja, aber gerade dieser Fokus auf Bestandskunden und im Bestandskunden-Marketing besser zu werden, das haben viele verstanden, aber für viele ist es auch sowas wie, ja, nee, also das ist jetzt momentan oder das machen wir noch nicht so viel. Und das ist für mich dieses Mittelding zwischen den absoluten Basics und dem Realtime-Getriebenen. Einfach zu sagen, intelligente Segmentierung zu machen, das ist noch one to many, es ist nicht mehr one to all und nicht one to one, aber einfach zu sagen, wir wissen, nach sechs Monaten müsste dieser Kunde wieder kaufen. Hat er aber nicht. Dann hole ich ihn doch zumindest auf die Webseite zurück, wenn ich denn schon das E-Mail-Opt-In habe, wenn ich denn schon das Push-Opt-In habe und wenn nicht, ich habe doch seine Adresse, dann versuche ich es eben zumindest nochmal postalisch mit einer persönlichen Ansprache. Und das sind so für uns die Themen, also gerade das Lifecycle-Marketing, wo wir sehen, dass es keine Kannibalisierungseffekte gibt, weil wenn ich mir diese Realtime-Geschichten anschaue, wenn ich mir anschaue den normalen Newsletter, ich weiß nie wirklich, ob nicht ein zusätzlicher Newsletter, eine zusätzliche Realtime-Automation, ist das wirklich was, was eine Conversion am Ende nochmal steigert? Ich weiß es nicht, weil da tatsächlich die Messinstrumente nicht fein genug sind. Wir wissen es nicht 100 Prozent, man kann in eine Richtung gehen, aber für dieses Mittelthema tatsächlich Lifecycle-Marketing, da sehen wir auch sehr deutlich bei unseren Kunden, die eben anfangen, das auch tatsächlich von Null an zu starten, dass da zusätzliches Geld tatsächlich auf der Straße liegt, das sonst eben einfach nur vergeudet wird. Und das Schlimmste eben, vor allem mit Datenbeständen, die ja schon da sind. Also man hat ja schon Transaktionsdaten, man hat ja die E-Mail-Opt-Ins schon, hoffentlich jetzt neu eingeholt, falls notwendig. Und wenn man sogar die App hat, man hat ja im Zweifelsfall auch die Möglichkeit, dann darauf zu reagieren. Und was ich persönlich nie nachvollziehen kann, ist, dass nicht jeder eine Kampagne hat von wegen, das war ein ehemals teurer oder ein Kunde, der sehr viel Geld ausgegeben hat, hat seit einem Jahr nicht mehr gekauft, war jetzt auf der Website, hat sich sogar eingeloggt und nichts gekauft. Warum investiere ich nicht in den zehnmal mehr als in eine AdWords-Kampagne? Und wie gesagt, das kann tatsächlich eine SMS sein, wenn ich dafür entsprechend die Opt-Ins und die Daten habe. Aber dann zu sagen, ja, ist so teuer, der Kanal, das ist für mich kein Argument. Kombiniert ihr dann dort, das in Richtung, was bringt ihr alles mit rein zum Abschluss des Gesprächs, weil jetzt sind wir schon nochmal bei den breiteren Kanälen, wie in Schleswig vom Retargeting aus, seid ihr dann tatsächlich in der Lage, wirklich auch auf Kampagnen zuzugreifen, also im Zweifel zu sagen, hier, für teure Kunden bedeutet das, weil ja dann zum Beispiel im Commerce mit dem Shop-System zusammenhängt, du kriegst halt wirklich einen Gutschein, also das war ein teurer Kunde, das heißt, wenn ich da 15 Euro Rabatt investiere und damit hat die Verkaufswahrscheinlichkeit um 100 Prozent der Höhe, dann habe ich immer noch ganz gut Conversion gemacht, natürlich ein gutes Gefühl hinterlassen, könnt ihr auf solche Kampagnen zugreifen oder ist das eine eigene Kampagne nochmal, die ihr halt kreieren müsst? Genau, also wir haben sowas im Portfolio, dass das automatisch passiert und dass wir eben auch auf Coupon-Pools zum Beispiel zugreifen, für uns ist es aber gar nicht wichtig, woher diese Informationen können, wir können die generieren, wir können das automatisieren, aber wenn unsere Kunden jetzt sagen, ich habe diese Daten und will es mit euch automatisieren, was wir dann eben machen, wäre die Execution in die verschiedenen Kanäle eben von Website-Personalisierung über E-Mail, Push-Notifications, SMS und dann eben auch mit Partnern tatsächlich postalisch auszuspielen und da wird es dann eben spannend, den richtigen Kanal für diese Person zu finden, aber auch da ist es wieder, es ist weniger wichtig, woher die Daten kommen, aber dass es einfach ist, für den Marketer auch tatsächlich damit zu arbeiten und wirklich was zu machen und nicht so eine Kampagne zu einem Sechs-Monats-Projekt wird. Vielen Dank dafür, dass sozusagen die Chance noch, ich fand das eigentlich ein ganz gutes Fazit oder ich denke, das lässt sich als Fazit ziehen, dass Marketing-Automation durchaus eine große Herausforderung ist, auch wenn die Werbung dafür bunt ist und dass es jede Menge Know-How dazu gehört und dass es tatsächlich aber wirklich, wirklich wieder sich stark so auf die Marketing-Klassiker zurückzuholen, also wirklich zu wissen, was man nimmt, es wirklich strategisch anzugehen und dementsprechend auch neue Rollen aufzubauen, wie halt eben jemand, der sich um das Engagement kümmert und um die Ausspielung des dynamischen Contents, also sozusagen Marketing einerseits kreativ, andererseits tatsächlich irgendwie hochfunktional halt auszubilden. Ich danke dir vielmals für die Insights, Bastian. Schön, dass du da warst und ich freue mich auf ein nächstes Gespräch. Vielleicht sehen wir uns ja auch am 28.03. in Frankfurt am Main zur Handelskraftkonferenz. Dazu sind natürlich auch alle anderen sehr herzlich eingeladen. Auf konferenz.handelskraft.de gibt es da Tickets zu kaufen. Vielen, vielen Dank für den Talk. Viel Erfolg noch für dich bei Emasis und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.